Wo kommt denn die Sau da her? Die Ludi nach oben! Notfall, Bier leer, Steffen zingern... Ah! Feuerwehr! Hallo? Ist ja die Feuerwehr! Und Colin heißt eine Wildsau! Kommen Sie sofort! Was ist denn? 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 Rönte Lage, Fischschwein in die Gebäude, Sohn ist hinten noch, Anglis-Club, zum Anfang des Filzschweines vor, Schlauch-Club sichert das Gebäude von außen. Zum Einsatz fertig? Schlauch-Club Stefan, du bist eine kleine Sau! Was machen wir? Ich kriege immer! Eins, zwei, los! Ja! Die Sau, ich hab Zeit! Jawohl! Ah! Ja, ich hab Zeit! Ah, ich hab Zeit! Stopp! Ah! 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 Also 60 Kilo hat ich auf jeden Fall! Die Sau schwer, doch! Fischgeid! So! Fritschwein auf Einsatzfahrzeug verlasten! Und dafür machen wir jetzt gleich schneller Bratwurst! Ah! Juhu! Wir bedanken uns recht herzlich bei der Feuerwehr Mühlesland für die Nominierung. Wir haben die Challenge Sterne angenommen. Wir nominieren weiterhin unsere Fahrtenwehr der Feuerwehr Rechtsbach, die Stützpunkt Feuerwehr Kaltstadt und die Feuerwehr aus Gössenheim. Und unsere Spendel geht an die Kinder aus 40 Sternenfeld.